Musik Dieses Spiel hier gab es in den letzten Jahren schon im TTBL-Finale, im Pokalfinale und jetzt eben im Pokal-Viertelfinale. Ein echter Klassiker. Borussia Düsseldorf gegen den TTC-Röhnsprudel Fulda Marberzell. Seit dieser Saison setzt ja Fulda ganz klar auf die Jugend mit dem Sohn des Trainers Fanbo Meng. Der hatte am Freitag seinen ersten Sieg in der TTBL eingefahren, seinen ersten Einzelsieg und war jetzt mit entsprechend Selbstvertrauen am Tisch. Aber sein Gegner, der hieß Timo Boll und da ist die Favoritenrolle dann natürlich klar verteilt. Die deutsche Tischtennis-Legende gegen Jugend forscht. Boll 2 zu 0 Sätze schon in Führung. Und er platzierte hier einfach die Bälle sehr, sehr gut. Variierte immer wieder mit seinem Spin. Und Fanbo Meng, der spielte schön mit, aber man hatte dann doch nie so wirklich das Gefühl, dass er hier was ausrichten könnte. Im dritten dann Matchball, die Vorhand sitzt und da war es passiert. 1 zu 0 die Führung für Borussia Düsseldorf. Durch Timo Boll. Und weiter geht es hier mit kämpferischen Tönen. Riccardo Walter gegen Tomislav Pucca. Das war das zweite Spiel des Tages. Und das sollte dann deutlich enger werden. Ricc Walter hatte den ersten Satz gewonnen. Interessante Perspektive hier auch. Sieht man nochmal gut die Dynamik, auch hier in der Wiederholung. Rückhand von Pucca jetzt. Er zieht dagegen. Er ist noch passiv zurückgespielt und dann die Offensive wieder ergriffen. Das lohnt sich dann. Er gewinnt den zweiten Satz. 1 zu 1 Ausgleich. Und dann wieder so ein Kunstschlag von Riccardo Walter. Sehen wir öfter von ihm. Er hat einfach ein Händchen, ein ganz tolles Gefühl. Hebt hier den Ball so ums Netz rum. Aber er schafft nicht den Ball. Und da kann Pucca dann nicht retournieren. Aber trotzdem. Der Mann der Osthessen von Fulda, Marberzell, Thomas nach Pucca. Der hatte den dritten Satz dann gewonnen. Führt hier 2 zu 1. Hatte jetzt also die besseren Karten hier vielleicht den Punkt für sein Team zu holen. Matchbälle dann im dritten. Und da war es passiert. Fehler auf den Aufschlag. Riccardo Walter schiebt den Ball ins Netz. Und damit stand es 1 zu 1 zur Pause. Also noch nichts entschieden zwischen Düsseldorf und Fulda. Dann an 3. Christian Karlsson gegen Ruben Filos. Und Filos hier mit den Noppen geht da drunter. Und da hält die Pille an. Schauen wir hier nochmal an. Hier zack. Und dann bleibt der Ball dermaßen stehen, dass Karlsson am Ball vorbeihaut. Filos mit dem Satzgewinn im Ersten. Und auch hier spektakulärer Punktgewinn für ihn. Bisschen Glück dabei, weil hier auch der Netzroller mit dabei ist. Dadurch gerät der Ball von Karlsson dann zu hoch und gibt die Chance für Filos hier anzugreifen. Trotzdem der Schwede dann mit dem Satzgewinn im Zweiten. Wir sind also jetzt im Dritten beim 1 zu 1. Und das war natürlich jetzt schon ein eminent wichtiges Spiel. Denn Fulda wusste, als nächstes würde wieder für Düsseldorf Timo Boll an den Tisch gehen. Und der ist ja eigentlich immer für 2 Punkte gut. Also jetzt hier Vorteil Christian Karlsson, Vorteil Borussia Düsseldorf im vierten Satz. Matchbälle für den Schweden. Ja, und dann war es passiert. Ball springt auf die Tischkante und dann kann Filos nicht mehr gut retournieren. Damit jetzt also Düsseldorf wiederum in Führung. 2 zu 1 und dann Boll gegen Puccia. Beide hatten ja ihr erstes Spiel gewonnen. Boll gegen Meng und Puccia gegen Riccardo Walter. Aber klar, Boll hier natürlich eigentlich der Favorit. Trotzdem Puccia zunächst besser im Spiel. Holte sich den ersten Satz im Zweiten dann. Er ist auch in Führung, lässt aber hier eine ganz gute Chance eigentlich liegen, weil er hier im Angriff ist. Dann zieht Boll gegen und dann verzieht Puccia hier mit davor und er springt ihm seitlich weg. Und dann holte sich eben Timo Boll noch den zweiten Satz. Und das war natürlich wieder ein ganz großes Kino. Gucken wir nochmal. Dior Boll nimmt den Schläger in die rechte Hand, wechselt also die Schlaghand, wehret das Ball wechselt und holt diesen Punkt. Immer wieder so ein Überraschungsmoment. Diesen Handwechsel sehen wir doch immer öfter mal. Ich glaube ab und zu macht er sich einfach mit seiner ganzen Erfahrung auch Spaß draus, den Ball nochmal so zurückzuspielen. Oft zahlt es sich dann eben auch aus. Also Puccia hier weiterhin gut mit dabei, aber Timo Boll im vierten dann mit Matchball 10 zu 9. Und Puccia flippt den Ball über den Tisch. Und da war es passiert. Düsseldorf gewinnt 3 zu 1 und zieht damit ebenfalls ins Final Four in Neu-Ulm ein. Nein, ich glaube normal. Für uns ist ein guter Spieler und hat diese Saison gut gespielt. So, ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel gegen ihn. Und du bist auch zufrieden mit eurem Gesamt-Ergebnis? Ja, wichtiges Spiel. Letzte Saison, wir haben keine Final Four gemacht. So, dieses Jahr war es sehr wichtig für uns und ich glaube, es hat eine super Erleichterung gemacht. Klar, wir sind nicht verrückt gewesen. Das war der Borussia Kavir. Wir haben mit einem 3-1 gerechnet. Also, minimo einen Schritt zu gewinnen. Wir haben auf die Loppel gehofft. Dabei war er mit dem Timo schon mal ein Schritt zu gewinnen. Und ich dachte vielleicht, umholt einen Punkt vielleicht noch. Dann haben wir den Schluss noch nicht. Sag noch ein Wort zu deinem eigenen Spiel. Gegen Timo, egal wer gegen Timo spielt. Heute durfte ich die Gelegenheit haben, ihn zu spielen. War eine schöne Erfahrung. Ich hatte eine kleine Führung, habe ein 8-6 im Satz. Vielleicht sehen wir echt lustig noch die Chance, denn er hätte den Satz gewonnen. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Ich habe vorhin nicht gespielt gegen ihn. Und das war ich in ein, zwei Jahren.